Eine neue Debian Version steht in den Startlöchern und damit auch die Grundlage für das nächste Raspberry Pi OS. In diesem Beitrag fasse ich euch die wichtigsten Änderungen in Version 12 von Debian zusammen und werfe auch immer wieder einen Blick auf das Raspberry Pi OS. Debian wird noch im Jahre 2023 stolze 30 Jahre alt und ist damit nicht nur eine der ältesten Gnullierungsdistributionen, sondern wohl auch eine der wichtigsten und verbreitetsten. Gerade weil eben viele Distributionen auf Debian aufbauen, zum Beispiel Ubuntu mit einer hohen Verbreitung, aber auch das schon genannte Raspberry Pi OS. Die wohl auffälligste Veränderung ist, dass Debian ab sofort unfreie Firmware mit in die offiziellen Installationsmedien integriert und diese auch automatisch lädt. Auffällig deshalb, weil Debian schon lange Zeit dafür bekannt ist, dass sie sich ziemlich strikt für freie Software einsetzen. Gemeint ist hierbei freie Software im Sinne von Freiheit, also dass die Quell offen ist, dass man die Freiheit hat, das zu modifizieren, zu studieren und so weiter. Diese Entscheidung wurde 2022 bei einer Abstimmung getroffen. Der Installationsassistent prüft ab sofort, ob für die Hardware-proprietäre Software, also Treiber im Regelfall, erforderlich sind, damit die funktioniert. Wenn ja, dann wird die automatisch heruntergeladen und installiert. Dafür gibt es einen neuen Archivbereich Non-Free Firmware, um die andere nichtfreie Software von diesen Treibern abzugrenzen. Gerade im Open-Source-Bereich eine durchaus umstrittene Entscheidung, darum soll es aber an dieser Stelle nicht gehen. Man kann die Funktion abschalten. Für den normalen Endnutzer sind die Auswirkungen erstmal positiv, denn das bedeutet, dass mehr Hardware automatisch unterstützt wird oder dass er da eben von Hand irgendwas tun muss. Der Einrichtungs- und Installationsassistent selber ist dagegen unverändert. Im Gegensatz zu Ubuntu, die arbeiten schon seit Anfang 2021 an einer Ablösung mit einem neuen Assistenten und der ist jetzt erstmals in Ubuntu 23.04 enthalten. Weniger umstritten ist dagegen die Software in Debian, da sind mehr als 11.000 Pakete neu dazugekommen, damit stehen insgesamt nun 64.000 Softwarepakete zur Verfügung. Zwar mussten auch rund 6.000 Pakete entfernt werden, weil sie obsolet sind, aber das muss nicht zwingend bedeuten, dass ein Programm dann nicht mehr vorhanden ist. Es kann zum Beispiel eine vom Hersteller nicht nur unterstützte Version entfernt worden sein, wogegen eine neuere, unterstützte Version dazugekommen ist. Da gibt es verschiedene Gründe. 67% der Pakete, die vorhanden sind, haben eine Aktualisierung erhalten, also eine ganze Menge, das sind in absoluten Zahlen über 43.000 Stück. Bei den Desktop-Umgebungen hat sich einiges getan in Debian 12. KDE ist in Version 5.27 enthalten und bietet unter anderem eine bessere Suche sowie komplette vollständige Unterstützung für mehrere Bildschirme. Bei Debian 11 zum Vergleich haben wir die ältere Version 5.20, also ganze sieben Versionen hintendran. GNOME wurde von Version 3.38 auf 3.43 aktualisiert, damit erhält man derzeit die zweitaktuellste Version, da bereits GNOME 44 verfügbar ist. Hier hat sich beispielsweise die Leistung und damit auch die Bedienung verbessert. Ein größeres Upgrade hat der Linux-Körnel von Version 5.10 auf 6.1 erhalten. Das Raspberry Pi OS wurde bereits im März 2023 auf einen eigens ausgerollten 6.1er-Körnel angehoben. Und hier zeigt sich zum Beispiel ein grundlegender Unterschied zwischen Raspberry Pi OS und Debian. Das Raspberry Pi OS aktualisiert den Körnel inmitten einer Hauptversion, hier Version 11, und zwar nicht zum ersten Mal. Schon 2020 wurde zum Beispiel Linux 4.19 durch Linux 5.4.51 ersetzt. Unter Debian sind derart umfangreiche Änderungen von Hauptversion komplett ausgeschlossen. Ein Sprung von Kern 5 auf 6 zum Beispiel geschieht dort ausschließlich über eine neue Debian-Version. Innerhalb einer Debian-Hauptversion, also 11 zum Beispiel oder 12, enthalten die Pakete nur Sicherheitsupdates und in Ausnahmefällen schwerwiegende Korrekturen. Aus diesem Grunde hat also das Raspberry Pi OS diesen neuen 6.1er-Körnel nicht nur vor Debian erhalten, sondern auch noch in der Hauptversion 11, wogegen Debian in der 11er-Version gar kein Kernel-Update mehr auf 6 bekommt. Kurz erwähnt sei hier die einzige Ausnahme, nämlich Backport. Dabei werden neuere Pakete aus einer neueren Debian-Version, zum Beispiel Version 12, für die ältere Version, also 11 in dem Beispiel, gebaut. Und es gibt ja nicht nur APT, um Software zu beziehen. Docker, Flatpak, Snap und auch App-Image sind alles Alternativen, die es ermöglichen, neuere Software auf eurem System zu installieren, ohne dass das irgendwie Komplikationen gibt, weil die eben nicht in eure Paketverwaltung eingreifen. Die offizielle stabile Version von Debian 12 ist für den 10. Juni 2023 angekündigt. Wenn ihr Debian nutzt, müsst ihr aber nicht zwingend sofort upgraden. Jede Version wird drei Jahre lang uneingeschränkt unterstützt und erhält anschließend nochmal zwei Jahre LTS-Support durch die Community. Debian 11 Bullseye erschien Mitte August 2021, das heißt also selbst dieser erste Zyklus ohne LTS-Support, der endet erst Mitte 2024. Beim Raspberry Pi dauert es üblicherweise einige Monate, bis das Raspberry Pi OS ihre Änderungen nachziehen, denn die müssen hier ein paar Anpassungen vornehmen und gründlich testen, damit alles auf einer neuen Debian-Version läuft. Das zum Stand Juni 2023 aktuelle Raspberry Pi OS 11 erschien Ende Oktober 2021 und damit etwa zweieinhalb Monate später nach dem Debian-Release von der gleichen Version. Dazu gibt es bisher keine offizielle Ankündigung, aber so als ganz, ganz grobe Schätzung kann man mit dem Raspberry Pi OS 12 ungefähr zum Anfang Herbst 2023 rechnen. Hier ist der Lebenszyklus etwas anders. Bisher wurde vom Raspberry Pi OS immer nur die aktuellste Version unterstützt, das hat sich 2021 geändert, seitdem unterstützt man immer die vorherige zusätzlich. Bei 9 wird rotiert, das heißt derzeit 10 und 11, wenn 12 erscheint, haben wir 11 und 12 und 11 fällt dann eben erst raus, wenn Version 13 erscheint, somit habt ihr hier auf jeden Fall noch mehrere Jahre Zeit. Die größte Veränderung in Debian 12 alias Bookworm ist also die Öffnung für proprietäre Firmware. Ansonsten werden alle Pakete, wie bei jedem Release, auf den neuesten Stand gebracht. Wer nicht zwingend immer die aktuellste Software benötigt und da ruhig etwas warten kann, der ist ja 2023 noch gut mit Debian beraten. Falls man einzelne Programme in aktuelleren Versionen möchte, gibt es verschiedene Alternativen, auch unter Debian oder wenn alle Software aktuell sein soll, dann gibt es ja immer noch verschiedene Distributionen wie zum Beispiel ARCH und darauf aufbauende wie Manjaro. Für weitere Informationen empfehle ich die offiziellen Debian Dokumentationen, da habe ich im Portalartikel auf yourlips.de einige verlinkt, die ich interessant finde, da sind auch die Abbilder für die Testversionen drin. Nun würde mich aber interessieren, wie ist dein Eindruck von Debian 12 Bookworm? Schreib es gerne zu uns auf yourlips.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.